Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Richtenberg-Marsdorf-Garms-Horst gemeint. Mit dem Angriff steigen wir das, dass alles in Ordnung kommt. So all der Straßenenden, hört uns an Weg nicht auf. Wohin wir uns auch wenden, die Zeit im Wehrenlauf. Das Herz verbrannt, im Schmerz verbrannt. So ziehen wir verloren durch das graue Niedersland. Vielleicht er kommt uns keiner mehr zurück ins Heimatland.